Das glitzert! Kanye West hat seiner schwangeren Freundin einen Armreifen im Wert von mehreren Tausend Dollar gekauft. Ja, der Rapper verwöhnt Kim Kardashian mit vielen Geschenken, als sie gemeinsam in Paris waren. Sehr wahrscheinlich mit glitzernden Andenken von Cartier. Der Reality-TV-Star zeigte ihren Armreifen auf Twitter und schrieb, dass der Don wieder zugeschlagen hat. Das 5-Karat-Gold-und-Diamanten-Armband ist rund 26.000 Euro wert. Wir hoffen, dass Kim gut darauf aufpassen wird. Sie hatten sicherlich viel Spaß beim Einkaufen und noch mehr Spaß hatten sie beim Go-Kart-Fahren. Es ist wirklich niemals langweilig mit Kanye.